Annika, 13 Jahre, in der Tonhalle ein echter Hingucker. Grazil, konzentriert, elegant. Aber auch das ist Annika. Spaß haben, Kumpeline sein, auspowern auf dem Trampolin. Anni ist ein kleiner Hautegen, dem bringt vielleicht nichts um. Dich für jede Überraschung zu haben. Annika und ich sind verabredet. In meinem trendigen Tonbeutel habe ich noch eine Überraschung, aber dazu später mehr. Hallo, ich bin Kai. Annika. Darf ich reinkommen? Ja. Danke. Die Achtklässlerin wohnt hier natürlich nicht alleine. Mit dabei Papa Stefan, technischer Angestellter. Mama Christa, sie arbeitet als Friseurin. Die Schwestern, Maike, 15. Und Svenja, 8 Jahre. Und natürlich Annika. Eigentlich nennen mich alle Anni, mein Spitzname. Aber wenn es bei meinen Eltern ernst wird oder so, dann nennen die mich Annika. Alle zusammen sind Familie Drechsler. Bewegung liebt Anni schon, seit sie klein ist. Und seit 10 Jahren hat sie ein großes Hobby, Kunsttonnen. Räumt bei Wettbewerben seitdem regelmäßig ab. Die 13-Jährige zeigt mir ihr Zimmer. Zimmer am 1. Stock, muss man fit sein. Hier lerne ich Annis heißgeliebte Kuscheltiere kennen. Im Doppelpack. Die sehen so aus, als ob sie schon einiges mitgemacht haben. Ja, die habe ich seit meiner gewirrt. Haben die Namen? Toni. Beide? Ja. Neben Lieblingskuscheltieren hat Annika übrigens auch Lieblingsklamotten. Trainingsanzüge, da macht ihr keiner was vor. Wobei, vielleicht doch. Anni fordert mich zum Spezial-Triathlon heraus. Zeit für meine Überraschung. Annika, du hast dich doch bestimmt gefragt, was in meinem Tonbeutel drin ist, oder? Ja. Hier, das ist mein schönster Trainingsanzug. Den habe ich extra für dich rausgesucht. Und? Ist das nicht peinlich? Findest du? Als ich den Kai gesehen habe, dann dachte ich mir auch, der ist schon ein bisschen älter. Weil sowas sieht ja heutzutage eigentlich keiner mehr an. Als würde es aufs Outfit ankommen. Jetzt zählt's. Disziplin 1, Liegestütze. Ich gebe alles. 6, 7, 26. Nicht für Scheißen. Aber es reicht nicht. 1 zu 0 für Annika. Aufgabe 2, Schokobrote essen. So viele wie möglich. Die mag Annika nämlich am allerliebsten. Und das ist aber auch genau mein Ding. Wo ist schon mal ein fünftes? Mit Vollmund spricht man nicht. Na, aber nur, dass du was halt weißt. Es liegt, glaube ich, vorne. Anni ist zäh. Aber dann. Drei Brote später. Ich gebe auf. Schöne ich hier? Ich hole auf. 1 zu 1. Für Triathlon Teil 3 geht's runter. Tief runter. Eine Tiefenhöhle. 600 Treppenstufen. Und die Frage, wer hat mehr Power, ist schneller wieder oben. Am Anfang liegen wir fast gleich auf. Für mich ist alles drin. Ich krieg dich noch. Ich brauch nur eine Stelle, wo ich überholen kann. Glaube ich nicht. Ja, dann gib mal Gas. Bis auf. Aber Annika behält recht. Hängt mich ab. Und gewinnt. Endstand 2 zu 1 für Annika. Wo gibt's jetzt die Physiotherapie? Aufgeben. Für Annika ein Fremdwort. Sie dreht immer richtig auf. Und auf dem Trampolin macht dieses Mädchen keine Kompromisse. Auf dem Trampolin bin ich die Nummer 1. Und wenn ihr noch mehr coole Videos sehen wollt, geht direkt hier weiter und lasst natürlich ein Abo da und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr gar nichts mehr.